Hallo Leute, heute wollen wir mal ein Let's Play übers Hausbaum machen. Wie ihr am besten vorgeht werdet ihr im folgenden Let's Play erfahren. Ja, heute bin ich der Dave. Mit dem Cracker ist der Marv. Ja, wir machen mal den Let's Play. Hi. Ja, hi. Wo gehen wir jetzt hin? Mine, oder? Ja, genau. Mine abbauen erlaubt, liebe Größe 97 Dave. Ja. Machen wir das mal, oder? Ja. Okay. Alter, es leckt ein bisschen. Es leckt derbe. Ja? Ja. Ziemlich. Ja, okay. Dann ist es nicht meinen Computer schuld. Minecraft. Ja, genau. Oder besser gesagt das Server. Bist du doch hinten, ne? Ja. Gehen wir mal auf die Schuhe. Aus was willst du denn Haus bauen? Hm. Aus Holzbrettern. Oder so. Ja, dann gehen wir später noch Holz. Warte mal, ich bin mal hier. Ja, ich habe einen Leiter. Ja, Holz. Ja, ich habe zwei Holzbretter. Passt nichts. Ja, ähm, wenn ich hier sein muss, ich hab. Mach ich mir gleich noch ein bock, fucken. Brauchst du auch facken? Äh, jetzt. Warte, ich gebe dir mal 64. Ja. Gehen wir mal auf Diamantzuch. Ich meine, wir haben ja... Hast du deine Diamantrüstung eigentlich noch mit, oder? Yes. Ja, aber du hast ihn nicht eingesetzt. Oh, stimmt. Fail. Fail. So. Und fertig ist es. Ja, machen wir mal weiter hier. Auch nicht kommen wir auf keinem Lava. Ist mir heute schon öfters passiert, dass ich auf Labern stoßen bin. Und dann reingeplumpst bin. Hast du zufällig einen Kübel mit Wasser mit? Nein. Hey, ich habe Eisen gefunden. Alter, da ist Wasser drüber, pass auf. Getroffts. Ich mach mal hier das Eisen weg. Alter, was sollten die Scheiße hier wieder? Alter, Wasser. Warte, fuck. Warte, fuck. Warte, fuck. Warte, fuck. Warte mal, ich glaube hier aus. Geht hier? Mhm. Okay. Gucken wir mal, wie du weißt das hier? Ja. Okay, hier geht's auch schon wieder. Mach mal halt so weiter. Oh, mein Gott. The fuck? Ja, warte ich jetzt hier schon. Hey, cool, hier sind wir. Alter, Scheiße. Alter, scheiße. Scheiße. Alter, du bist mir das erste Mal. Du schwule, Spinner. Alter, nein, die Sporen wieder hier scheiße. Alter, lauf du mal weg, okay? Nein. Cool, ich hab zwei Eimer gefunden. Ein Brot auch. Hey, warte mal. Hast du den Dungeon mit? Hast du den kaputt gemacht? Hast du den kaputt gemacht? Ja, was? Hast du den Dungeon kaputt gemacht? Mhm. Oder den Spawner? Hey, cool, komm mal. Hm? Hm? Da ist, ähm... Ah ja. Essen. Aber die Kohle kann zu lassen, wir haben ihn noch so viel zu... Zuhause. Ich will ja hier nicht zu viele Wörter sagen, die vielleicht ein paar unserer jüngeren Zuschauer verstören könnten. Kann man da zu verstören sagen, oder? Woh, Mann, du Schwuchtel! Entschuldigung, das muss jetzt sein. Äh, äh, alter Scheiße, der Bild war. Die, die nicht gut Minecraft spielen können. Was? Ja. Was hast du gerade gesagt? Ja. Ja. Sag mal, wo bist denn du? Slashback. Oh mein Gott. Fuck. Oh mein Gott, sein Haus brennt. Ja, ähm... What the fuck, was haben wir denn hier? Ja, Pilze, 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 Pilze. Ich schätze mal 3 ist 4. Bibi-Widi, bis 17 ist 9. Können sie diese zum Singen auch nehmen? Ich glaube. Die können uns, glaube ich, auf Unschmerzen verklagen. Oh. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. White Titty. White Titty! Ja, wir sind ihr mit zusammenarbeiten mit White Titty, sie drehen schon nur unser Lied. Ja, ähm, oft schreiben wir die Lied auch an. ja genau wie die Außenseiter ich weiß nicht, werden die sich abgeholt werden deswegen haben wir auch, jeder von uns hat ein paar iPhones oder der alter Korn, der haben wir ihm den Namen verkauft? ja, dem Korn also wir haben schon viele rausgebracht oh my god, it's love a motherfucker so jetzt mal Spaß beiseite ähm, so nebenbei, ähm, und ja, gold uns würde es ja freuen, ähm, wenn ihr unseren Eindruck abonnieren würdet, ähm Dave, komm mal zu mir verstehst du hier nicht den Lava? nein nein wo sieh mal, komm mit und da unten ist Gold, oder? wo, warte mal nee, das ist, ähm, ob, ähm, äh, wiener man, schwule Scheiße, Mann, halt, ich geh ein das ist, 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 das ist der Gäste hey, das muss ich mir klauen Alter, wenn du das nimmst, dann war ich nicht von'n Scherke, weil ich sag's jetzt ähm, nein, scherz ja, dass will ich auch hoffentlich komm mal runter hier warum ich sterbe ich? ja, wir sollten nicht wieder hochkommen Slashback Basis Bodyon, ähm, nen Weg Of course aus dem Meer ist hier rot und voll geil, man Hey, da drüben ist Gold Hey, da ist Diamant Scheiß, die wandern Ich hab Diamant gefunden Juhu 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 Juhu, Mann 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 Mann, da sind mindestens 8 Diamanten, glaube ich Hier sieht man normalerweise Doch primeiro Oh, ja, Mann Das werden viele Diamanten Juhu, Mann 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 wir kommen beim die Regen genommen auch bis zu wo posten wird nur aus dem Armustru bei den Westen schwarzen Obsidian aber ich bin gemerkt mindestens acht Diamanten mann schule es auch ab wir werden wollen aber hast du noch zwei bekommen aufgrund aus erweiterung sie sind vom Stern bedroht nein nur ich will noch nicht gehen ich will noch nicht nur noch ein bisschen scheiß hey das war von johannes wo bist du noch Mö aber das war was du ein Rau der Mann du bist so dumm wirklich wir sind jetzt ein Zeug das haben sie bisschen Lava geschwommen er hat er aus dem Weg gehabt ich gebe dir können 0 mann und ich auch nicht so blöd für alles oder aber und ich habe die Ektat in dem anderen Rüstung gemacht um ein wenig war schwer auf dem Mann die Zeit ich habe mir das muss ich mir bitte 30 40 Diamanten eingesteckt und du was machst du weiter wird wenn ich dich hätte wenn ich dich erwische die Mieter ist an die Welt mit dem Standort aber aber um ich kann nenne mehr um und spitz abgeben wenn nicht schlecht da haben wir wollen oder so Marschner Sporn und schnappst hier vor allem und wir haben 1.0 war er Das war jetzt wieder Hochdeutsch. Kann ich glauben, was du meinst? Wovon ich something haben soll? Ja. Ich geb dir mal ein Lied und du sagst, ob es zutrifft. It's burn the man. Halleluja. Trifft es zu? Ja, warum hast du dann meine Ernst? Scheiße, Mann, Alter. Wo der denn? Scheiße. Ich bin im Arsch. Nehm, Dieter. Habt ihr das gesehen? Lass mich raten. Mann. Wo bist du eigentlich? Mein ganzes Zeug ist ebenfalls weg. Scheiße. Das ist wirklich so was von schwul. Dazu betreffen wir uns beim Spawnpunkt, okay? Call me maybe. Mach slash spawn. Hey, du bist ja da hinten, ich seh dich. Ich komme. Mal. Alter, warum ladert das jetzt langsam? Alter, ich glaube, meine größe Katze, wir sind bei uns. Ahöö, vom Malzl. Wie kann ich da was erzeugen? Du bist nur... Ich hab Feuerstein und Eisenbahn. drin da kannst du ein wie mit dem Feuerstein und Eisenbahnen Achtung die Liga haben die Eintracht so kann ich mehr gehen Fuck, was war denn hier los? War da ein Krieg, oder? Hast du ein Feuerzeug? Ja, da. Kann ich den haben. Ja, ich hab den gerade rausgeworfen. Hast du's? Thanks. Yes. Hey, ich hab ne Idee, ich hol mir jetzt mein, äh, mein... Ja, das Restzeug, ähm, ja. Äh, und dann fang mit deinem Haus an, okay? Yes. Warum hast du dich so immer eigentlich mit mir so weiter? Das ist kein, äh, ich verstehe, man. Nein. 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 Was meinst du mit mir? Nein. So. Ähm, ja. Mal wieder zurück zum Thema. Ähm, viele werden sich fragen, warum ich hier, ähm, so eine, ähm, Schiene, also eine Strecke gebaut habe. Ähm, das ist für da oben. Das da vorne ist unser, ähm, unsere Kampf-Arenna. Und wenn man das sieht, ähm, wo ist das? Ja.